Jetzt gehts los Moin Leute, was geht? Ich bin Zetronix Mit dabei ist heute der Minecraft-Strauber Oh yeah! Hallo, willkommen, liebe Fans Ich sagte gerade wieder, wenn er ein bisschen leckt dann tut es nur leid, weil momentan hat er ein bisschen Internetprobleme Aber es muss aufgenommen werden Wie bitte? Es muss aufgenommen werden Weil sonst haben wir Zeitverlust Hast du... Essen brauchst du? Was? Nein! Ich habe selber noch Genau, hier guck, zwei davon Und zwei davon Okay Ähm, wir haben ein bisschen was gebaut Ja, ich... Gehen wir erstmal zu deinem Ja, hier, das baue ich jetzt Ja, gerade eben noch kurz weiter gebaut Genau, aber Leute, wenn ihr bei mir so wenig seht, ich kann eigentlich die Grafik wieder hochschrauben Weil ich nehme mit was anderem auf Okay Jetzt seht ihr auch die Shisha Ja, kommst du mit? Ja, ich komme im Moment Wo bist du? Achso, du bist so... Ich bin rechts an dir, rechts an dir Ich bin rechts an dir, rechts an dir, rechts an dir Recht? Ich weiß Ich red ein Trotz Leute, ich habe geleckt Du... du leckst gerade wirklich ein bisschen Ähm... Ja, komm mit Komm mit Also hier, da habe ich eine Treppe gebaut Und ich diesen Weg Das sieht zwar ein bisschen dumm aus Ich frage mich warum ich das gebaut habe Du hast Langeweile Aber egal Und ich habe den Weg gebaut Ich habe den Weg gebaut Ich habe den Weg gebaut Hier, Leute So sieht der aus Und wir haben übrigens ein Texturenpaket Zumindest ich Ich glaube, wir nehmen beide dasselbe Das haben wir beide, oder? Genau, wir werden... Ich werde den Link auch verlinken Ich weiß nicht, ob der Tronex das auch macht Aber ich werde den definitiv unter meinen Videos verlinken Ich kann das... Ich muss den halt wieder raussuchen, oder? Ja, ich habe den auch, glaube ich Ich habe den mir runtergezogen Also das macht ja nichts Ich habe den mir runtergezogen Ja Also ich kann den dann nochmal So schicken wir den Link einfach Ja, mach's So, ähm... Und hier bei mir Ach, du bist vor, du... Alles mit Pflasterstein umhüllt Kaum mit... äh... Steinen und Siegel Kaum mit Du bist draußen, oder wo bist du? Wo? Ach, du bist da unten, ja Hier nach unten Ja, ich war grad verwirrt So Dann geht's hier raus Und dann sieht sie so aus Und übrigens ich bin jetzt noch schneller Weil ich es hingekriegt habe Dass die Aufnahme nicht lenkt Ähm... Hier hat Rallos alles umhüllt mit Erde Damit es so cooler... also so cooler um... Ja, ich bin noch nicht fertig Nicht einfach so Steinziegel einfach so da rumstehen Ja, Leute, ich bin... Dass das wirklich reingebaut wurde Genau, hier bin ich noch nicht fertig geworden Da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr In dem Moment Das kann ich aber noch machen Ähm... Hier musst du dann noch selber gucken Ob du nochmal hin... Ja, sag einfach, wenn du mich nicht verstehen solltest Kannst du mit? Ja, ich komm, ich bin hinter dir Okay Jetzt gehen wir in mein Haus Hier habe ich Da einmal Was gebraucht Ich kann zoomen drauf Du hast echt ne... Du hast echt ne... Du hast echt ne Diaschwendung verschwendet Diaschwendung verschwendet Diaschwendung verschwendet Okay Okay Ja So, hier habe ich dann... Ja, das hat die letzte Folge auch schon gesehen Also... Ja Hier kommt ja... Das... Das Video ist jetzt, ich glaube 4 Tage vor geprodukt Also so gesehen für 4 Tage vorher Ja, genau Ähm... Also in 4 Tagen kommt es jetzt erst Wenn wir es aufnehmen Stimmt Ähm... Hier ist halt mein Schlafraum Kommen wir drunter Ja, den habe ich schon gesehen Was ihr jetzt seht Ist zwar Nicht so schön Aber... Ähm... Ja Ich will noch hin Ich hau nicht hin Hier ist mein... Der wird 30er anschauen Ja, der sieht geil aus Mit dem Text hoch im Paket Finde ich Ja Und ich hüpfe auch Mit Shader... Du kannst den nachher mal bei mir reingucken Mit Shader sieht das so übelsextig aus Ja, ich würde den auch... Ein Shader Pack würde ich auch gerne haben Äh... Warum hast du denn ein Papier im Gestalt? So Ja Achso, das habt ihr auch mit Ja Das war es eigentlich schon Ja, das habt ihr schon gesehen Liebe Leute Hier Und hier unten ist unser Farmgang Mittlerweile Was ist? Relax Okay Du sagst wenn nicht mehr Bitte? Du sagst wenn nicht mehr Ähm... Ich verstehe jetzt nicht genau was du Ich finde das schon mal Oh Leute, ihr wisst Das ist ein Trichter Das ist ein Trichter So jetzt hörst du mich Und wenn die Hühner Eier droppen Dann kommen die Eier direkt hier rein Ich hab das so schon mal einsortiert Ja Ja Ich muss hier grad mal was machen Leute Ähm... Ich bin da oben doppelt drin im TS Deswegen muss ich mich grad mal kicken Muss ich mich grad... Selber kicken So Ich kann mal wieder auf Ey Du hast mal was Du Arschloch Habe ich das? Nein Jetzt kommt ihr überall rein Ja Leute Ich hab schon in der letzten Folge aufgetrollt Das mach ich gerne wieder Weil es einfach Spaß macht Ich hab grad grad... Warum war das so alt? Ey ich bin fast tot Du bist doch scheiße Nein Du bist doch scheiße Du musst dann bestraft werden Ja Ey bitte nicht Ich hab noch ein halbes Herz Kommst du raus? Ja Wollen wir eine Wix weiter bauen? Ja können wir machen Wohin Was hast du für eine Wolle da? Dunkel? Dunkle? Oder... Ich hab die Green Wool und Hell... Lime Wool Also die Hellgrüne und Dunkle Genau Ich brauch... Also ich wollt die dunkelgrüne Für die... Dings nehmen Ich hab aber ja die Tiere Ich muss ja Essen holen grad mal Und... Ich wollte halt die hellgrüne Glaube ich zur Verzierung Und die dunkelgrüne zum... Ja... Ihr wisst Leute Ja Pfff... Und wenn... Ich legen sollte in der Aufnahme Es tut mir sehr leid Aber ich hab halt... Probleme mit dem Internet Deswegen tut's mir leid Und... ja Du kannst hier mal eine Schere rausnehmen Und sch... Scheren gehen Da ist eine Schere drin Wieso? Ich hab... Ich hab... Ich hab selber Schere drauf gemacht Ah toll Pfff... Okay Äh... Und nimm mal... Ach egal... Ich hol auch noch zum Füttern Aber ich muss ja... Ich muss ja... Oh ja... Ich bin voll... Dirt brauchen wir Ich muss was für eine hellgrüne Ich nehm jetzt nur dunkelgrüne erstmal... Oh mein Gott, Alter... Oha... Ohja... Ich werd jetzt nochmal füttern... Die dunkeln... Weil wir brauchen viel... Ich zumindest... Ey lass mich aus der Tür... Ich komm ja nicht mal durch die Schafe durch, Mann Ja... Chihi... Geil... Ja... 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 Leute... Ich finde... Hier dieses... Falls es jetzt weich ruckelt... Tut es mir leid... Weil das liegt... Safe bei einem Schafen Das... Ach Gott... Leute... Ihr wisst bescheid... Es leckt... Och man... Diese Internetprobleme, Leute... Ihr wisst bescheid... Es geht... Es geht mir überhaupt nicht auf die Nerven... Ah... Ja... Ihr wisst bescheid, Leute... Beide Seiten... Zwei Stunden eher... Mittlerweile... Also... Geplant sind zwei Stunden eher... Das sind... Immer diese Timeouts... Ihr wisst bescheid, Leute... Dort findet ihr die folgenden zwei Stunden eher... Ja... Wartet mal ganz kurz... Und... Ja... Warte... So... Warte... Bist du wieder da? Ähm... Warte... Warte... So... Sag mal... Warte... Warte... Dann geht es mir um... Warte... Sondern... Warte... Bist du wieder da? Warte... Da... Was denn? Okay. Ganz schnell mach das. Aber auch Bierstoff. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich... Übrigens, ich hab mir grad... Ey, das sieht so heftig aus. Übrigens, Prost hier. Ähm, du lagst übrigens grad richtig heftig. Okay. Also, du lagst grad übelst heftig. Echt? Okay. 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 Ey, ich brauch so viel Licht jetzt grade. Oh! Blackspin glaub ich bei euch. Weil irgendwas... Irgendwie kommt bei mir manchmal ein Blackspin am Budget. Ey, das Hut soll ich hier ver... Ey, egal. Boah, Mann, Leute. Boah, dieses Internet. Er regt mich grad so total auf. Was ist das? Mein Internet regt mich auf. Ja, du... Du regst halt das... Das ist grad... Okay. Alter, Moment mal. Ich start... Ich log mich neu... Ich log mich neu an. Was machst du? Ich log mich neu ein. Ja, okay. Disconnected. Connected. Ja, gut. Besser? Nein. WTF, okay. Ah, jetzt, 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 jetzt. Okay, gut. Ja, Leute, ihr seht das mal. Das ist echt ätzend. Aber ich weiß nicht, was los ist. Ich hab extra schon so spät angefangen aufzunehmen. Beziehungsweise wir. Wo keiner mehr im WLAN ist. Aber es hilft wohl doch nicht viel. Ich bin auch aus dem Handy raus. Ich kann nichts gucken auf dem Handy ohne WLAN. Und ich muss nie... Übrigens... Hier, Brost. Was ist das? Brostronax. Ich trinke rein was. Jetzt legst du wieder. Echt? Ja. Echt? Hä? Monster. Monster, baby. Monster. Sometimes. Ey, wieso... Hallo. Was ist denn hier passiert? Ja, geil. Ey, hast du irgendwas geändert an... Hast du an den Tieren was geändert? Ja, ich hab die mit, äh, Dings. Ich hab die geschert. Aber hier ist was kaputt. Wie siehst du da? Hühner und... Ja, das weiß ich nicht. Okay. Scheiße, ich hol grad Zaun. Hä? Lol. Alles auf, Alter. Okay. Ich hol grad mal Zaun. Ey, lass mich mal durch die Tür bauen. Kannst du die irgendwie... Kann ich dir Samen geben und du jetzt irgendwie lockst die Hühner weg und ich baue zu? Hier. Ja, ich baue einfach zu. Ne, ich geb dir auch die Hälfte von Weizen. Hier, komm mal her. Sicherheitshalber. Dann gib mir mal hier das. Genau. Wurz. Werfen mal sonst wieder. Hm? Was? Also, hier gibt die Schafe von Weizen. Die Schafe sollen hier rüber. Da ist ja so. Aber wenns geht... Wurz. 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 Das kann sein. Ja, das kann sein. Das sehen wirkt das so. Mach dir mal leiser. Hab ich ja auf 9. Ey, wir lassen... Ist mir eigentlich egal wo... Ey, die kriegen wir nicht auseinander. Warte mal, ich mach mal grad was. Ähm. Ja, ich glaub das kann Buggy sein oder auch nicht. Kaufen. Komm mal raus. Ich leg dir das Weizen da. Äh. Gleich. Ich krieg's hier nicht gebacken. Ich will eigentlich keine Schafe kennen. Hühner sind mir egal. Aber Schafe nicht. Tja. Hühner hab ich ja eine Hühnerfahne. Da kriegen wir noch genug Eier her. Ja, ich auch. Aber was ist denn hier passiert? Wer war das zur Hölle? Ist irgendwie nicht nervig. Warte mal, ich muss ja grad was checken, Leute. Ihr seht mal grade was. Okay. Okay, wir sind nur zu zweitig gewhitelistet. Okay. Ich hab nur grad gecheckt, ob noch jemand Whitelist-OP hat. So. Was wollte ich grad machen? Ich weiß es nicht. Ich hab grad keinen Fall, was ich grad machen wollte. Geil. Ich schlachte jetzt mal ein paar Tiere. Oh, jetzt hab ich ein Schaf gekillt. Hey Leute, ich will keine Schafe killen. Was ist? Ich will keine Schafe killen. Ich muss die irgendwie trennen können. Hühner sind mir egal. Aber Schafe... ... 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 Du meinst es auch voll mit Eiern. Da kommen Steine rein. Oh ja. Hey Leute, ihr seht Internet. Boah, ich brauch dir irgendwie deine Hilfe. Ich will nicht die... Ich will nicht die Schafe killen. Ich hab die Hühner jetzt beisammen, aber ich will die Schafe nicht killen. User in her Channel timed out. Wenn du jetzt die Schafe ziehen könntest, das wäre eigentlich geil. Du lagst gerade die ganze Zeit. Ich hab das mal gerade geschrieben. Dann kannst du nochmal die Schafe ziehen haben. Wäre gut. Also du hast alle Hühner bei dir? Ja. Das hab ich. Okay. Äh... Das Weizen ist weg. Aber... Nein. Hast du nochmal ganz verbar bei deiner Weizenpaar? Ja, ich glaube, ich hoffe, ich hab da noch was drin. Ja, aber noch. Sonst geb ich... Da ist noch nicht so. Scheiße. Sonst kotze ich dir nochmal was hin. Was hast du gerade? Sonst geb ich dir nochmal was, wenn du nichts hast. Wo ist dein Weizen? In der Truhe. Essenstruhe. Dürfte vielleicht was drin sein, wenn du Glück hast. Da ist ein Ballon. Connection lost. Auch machen. Connected. Ja. Ähm... Essen. Da. Ja. Es ist nur, dass du die Schäfchen rüber ziehst. Die restlichen Hühner sind mir egal. Nur die Schafe sind mir nicht egal, weil... Es dauert lange, die zu züchten. Oder wollen wir mal tauschen? Ey, das ist so schwer mit diesen Tieren. Ja, die Hühner sind mir eigentlich... Ey, lass die... Lass die auch einfach in ein Gehege, Alter. Ja, das ist halt unübersichtlich. Ich will ja nicht, wenn ich hier jetzt mal die... Schäfchen... Weil... Die... Komm einfach nicht. Das ist das Problem. Oder? Ja, dann ist noch ein... 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 Schau. Ja, das ist doch egal. Aber die restlichen nicht. Ja, egal. Jetzt hab ich sie grad. Jetzt kommt. Jetzt hab ich sie alle beisammen. Ähm... Nimm irgendein Holz erstmal aus der Truhe. Und dann... Du lagst grad schon wieder, ne? Hast du irgendwas geöffnet, oder? Nee. Du lagst halt die ganze Zeit. Die verstehen gar... Ich glaub, meine Leute verstehen gar nichts, was du sagst. Echt? Ja... Ja... Ja, meine Leute verstehen alles. So... Und wenn ihr seht, bei diesen Shader hier, den ich hab da, man sieht die Pflanzen, die... Ja... Bewegen sich. Wie man sieht. So, wir da unten wie auch. Was ist Wasser? Was ist Wasser? Was ist Wasser? Was ist Wasser? Ein... 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 Ohja... Ey... Kannst grad... Kannst grad mal zubauen? Was ist? Ich hab die Schafe zusammen. Okay, nice. Aber jetzt müsstest du jetzt einfach mit Erde erstmal Blöcke bauen. Oh. Genau, ich schaff rüberklopfen. Ey, immer diese Mods... Bots meinte ich. Ey... So... Sag mir hin zu. Ja? Ja? Ja, geht doch mal alle aus dem Weg. So, hier. Jetzt kann ich immer nicht mehr raus. Okay, kann ich loslassen? Ja. Guck mal, hier sind erstmal... Du kannst bei dir ja alles wieder versuchen zu füllen. Ach, hier ist noch ein Zaun. Warum drück ich F5? Ey! Mhm. Ähm, so. So. Ja. Die könnten wieder geschoren werden. Ich bin nur voll. Bücher steckert gar nichts. Ähm. Ich schreib's mal im Chat. So. Das brauch ich nicht. Ich hab genug Essen. Ähm. Ich weiß Leute, ist Autokorrekt falsch? Äh, ne. Ich brauch ein Schiff. Hä? Ich glaub das hab ich gemacht. Ich geh mal ganz kurz, äh, auf die Idee anfangen, weil ich glaube ich hab das vor. Ich hab vor. Im Metaportal. Äh, ob es wunderbar ist. Ähm. Im Metaportal. Guck mal in der Truhe. Ähm. So ein... Hast du genug? Ja. Ich glaub das waren nur zwei oder so. Nein, nein, nein. In der Truhe ist ein Meer. Glaub ich. Es dürfte reichen. Wie viel? Du musst du gucken. Wenn nicht. Ich fahre lieber selber. Ja, ich guck. Ich fahre lieber selber. Ich gucke. Ich guck für dich. Oh Gott, hier ist überall. Ich guck für dich. Ich gucke für dich. Ich gucke für dich. Alles dunkel. Ich gucke für dich. Wer ist dunkel? Ich gucke für dich. Ich gucke für dich. Dann guck mal. Ich gu... Ich gu... Ich hab's doch schon. Acht. Ja. Warte, fünf, zwei. Ne. Doch. Ne. Doch. Eins, drei, oben. Fünf, sechs. Ich gucke einfach mal. Ich hab genug. Ich hab genug. Also ich hab jetzt vier bei mir. Und du hast acht. Das heißt, ich hab zwölf insgesamt. Weil, ne, da möchte ich... Also wenn man in der normalen Welt, ein Schritt geht. Ich glaub zehn Schritte oder so geht. Ne. Also wenn man in der normalen Welt ein Schritt geht. Sind das in der Neta-Welt glaub ich fünf oder zehn. Mhm. Und das heißt, wenn wir ein Neta-Plata... Also im Neta noch ein zweites Neta-Plata aufstellen. Können wir uns theoretisch... äh, halt um ein paar tausend Döcke schneller bewegen. Mhm. Und könnten eventuell Villager-Dörfer und sowas. Ja, ich glaub wir haben sogar ein Dorf. Und das wäre schön. Ich glaub wir haben hier sogar ein... Ich glaub wir haben hier sogar ein... Ich glaub wir haben hier sogar ein... Ich... Jetzt bin ich zurück. Hoffentlich nicht mehr auf, ne? Ja. Ich glaub ich beende jetzt erstmal die erste... Dings. Okay ich hab... 23 Minuten... Ja ich mach das auch mal. Ich hab 23 Minuten. Gut. Dann sag ich äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao Leute. Und ja. Ciao.